Musik 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 Broken Cartridge Hä, wo müssen wir hin? Oh mein Gott, kann man da etwa drauf springen? Ach du scheiße Ach du kacke Ja sicher Jetzt kommen noch solche Behindertensprünge Die sind ja genau so behindert wie die Kopfsprünge Die Kopfsprünge Kennst du die nicht? Auf den Minecraft Köpfen da, oh Gott, das ist behindert Wenn aber so eine Kaktus-Challenge kommt, dann können wir gleich sagen, dass wir die nicht machen werden, oder? Oder machen wir die? Bullshit So Nochmal Nochmal So Aber das gibt's ja nicht Wieso ruckelt das bei mir hier so? Das ist genauso scheiße Das gibt es nicht Ah, ne? Ich schaff's den Ecksprung nicht Ah, hier ruckelt's nicht mehr, wieso? Ey, eins ein Ecksprung kannst du überspringen echt ja sag mal nein welchen denn äh den ersten hier hey wie ach so eigentlich muss man das auch noch ja ja nein oh doch oh mein Gott leck mir meine Cochones ich das ist scheiße schwer weil ich hast es wenn du so einen Block über dir hast und dann nicht springen kannst oh Julia doch auf damit jetzt sonst ist ich mal belangweilig ach komm okay warte ich hab was anderes und auch für Schafe zu spawnen oder die anderen Viecher äh ok aber aber die das viel Herzen nein gar nix echt gar nix gar nix genau wie wenn du Ei auf jemanden wirst oh das hätt ich nicht sagen sollen ich bin so so scheiße das ist falsch ja hihihi hihihi wo ist das real andere ach hier Blattenspieler ach ich machs noch eins tefer hihihi scheiße ich hab die Musik aus da hört man gar nix machen wir mal kurz an ich hab auch so ich hab auch Musik aus da muss ein Soundlaut machen nicht völlig gut ich höre da keine Musik ach egal du musst jetzt die Soundlaut und die Soundlaut ach die Soundlaut ja oh Gott ist das laut warte Alter Ernsthaft dum 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 okay das reicht jawoll sehr gut weiter geht's ja helf rein helf rein helf rein helf helf komm Patti das schaffst du heute noch in der Aufnahme du musst dich hier ein bisschen motivieren Juliii ha ja ich versteh dich nicht deine quali ist scheiße schreibs mir lieber jetzt schreib das mir ach du scheiße ist ein Mikro deaktiviert helf für die vertaffte Zugbox soll ich die lassen? lassen hä watt 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 ich soll die lassen ich soll die lassen was elf rf wattn elf wattn elf wattn elf wattn elf wattn elf ne bisschen mit Ich höre zwar nix, aber ich okay. So. Ja. Komm, komm. Nein. 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 Was machst du? Oh, ich höre mich doppelt. Wenn der liebe Patrick auch mal was sagen würde. Wenn der liebe Patrick auch mal was sagen würde. Hallo. Aber ganz leise. Scheiße. Und mit ner total schlechten Quali. Die war früher irgendwie mal besser. Und deine Mama steckt nach Magie. Kack dein Internet wieder ab. Kann das sein? Ja. Kackts. Also liebe Leute. Ich glaube es wird mal wieder Zeit für einen Cut. Denn. Wir hören Patty nicht mehr. Oder sehr schlecht. Deshalb würde ich einfach mal sagen. Patty verabschiedet sich hier mit dieser Folge. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein Leute und tschüss. Ja und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier. Von der. Epic Jump Adventure Map. Und. Lol. Warum wurde mir jetzt Jump gegeben? Eine Ahnung. Das ist immer noch so. Mit dabei ist natürlich wieder der Patty. Ja. Wir verenden jetzt diese Adventure Map zusammen. Ja. Wir verenden sie. Sofort vielleicht. Letztes Mal haben wir hier diese Challenge voll fertig gemacht. Und dann würden wir einfach sagen, dass es hier jetzt weiter geht. Ja. Oh Gott. Was steht das jetzt? Da bin ich nicht drüber. U. Was ist U? Matt? You mad. Warte. Hä? Wie jetzt? Lol. Hä? Verdammt. Dein Ernst? Warte. Ah ja. Ne. Hä? Dein Ernst? Ja. Muss ich da ganz am Rand tippen oder so. Ja. Eben. Das war nämlich mein Gedanke. Leather Jumps. Oh. Putty's Lieblingssprünge. Putty's Lieblingssprünge. Was steht da? Maybe. Oh ne. Der guckt schon wieder nach Coins. Hehehe. 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 Ah. Nein. Nein. Lol. Das war schon irgendwie Modeln. Hahaha. Lol. Wie ist das bitte machbar? Alter. So viel zu boxen? Alter. Junk. Lauf. Ey. Ah. Hahaha. Nein. Okay. Ja.